Oh, Bob! Was ist mit Bob los? Oh nein! Oh nein, Bob ist gestorben! Was haben wir denn hier alles? Sink? Ah, Sink ist quasi das bessere Wash Basin. Okay, verstehe. Das heißt, das können wir tatsächlich dekonstrukten. Aber ich habe das nicht geöffnet. Ich habe extra hier zugelassen. Er war schon da. Ich habe nur... Oh, hier könnte es rausgelaufen sein. Könnte es tatsächlich sein. Shit. Shit, 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 shit. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Okay. Gut. Blöd. Also, ich muss jetzt hier oben rauf. Kann ich denn irgendwie... Hydrogen. Hydrogen ist... Moment. Stopp, 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 ich kann... Aha, pass mal auf. Ich kann ja... Moment, wo ist es? Ich kann doch hier diese Türen bauen. Wo man diese Türen? Dichten Türen. Wo sind die dichten Türen? Mechanized airlock. Blocks liquid and gas flow. Maintaining pressure between areas. Ah, here we go. Here we go. So, das brauche ich. Also, ich brauche eine Türe, die ich verschließen kann. Weil, wenn ich dieses Hydrogen, also Wasserstoff hier rauslasse, muss ich das gleich verarbeiten. Sonst verteilt sich das halt überall hier in meiner Kolonie. Und das macht halt gar keinen Sinn. Jetzt muss ich halt irgendwie schauen, dass ich... Dass ich das irgendwie blocke. Also, dass ich das irgendwie... Ah, das gleiche gilt übrigens auch für Chlorin. Das heißt, wir sollten hier vielleicht nicht mehr so weit hochbauen. Oh Mann, was man alles beachten muss. Das ist echt krass. Storage haben wir noch genug. Ja, storage haben wir noch genug. Das ist egal. Hier ist... Das ist polluted oxygen. So, den Schleim muss ich vorher als noch... Dekontaminieren. Waiting sandstone. Das passt alles. Okay. Also, ich muss jetzt nochmal schauen. Ich kann irgendwie Strom... Power. Ich kann hier... Hydrogen. Hydrogen into power. Okay. Das bedeutet... Ich muss da wahrscheinlich Gas anschließen. Oder nur Strom? Hm. I don't know. I don't know. I don't know. Keine Ahnung. Ob das so funktioniert. Den Carbon Skin muss ich übrigens auch nochmal abbrechen, weil ich habe ja immer eine fixe Höhe von hier. So. Okay. Und da packt man jetzt einen Carbon Skimmer drauf. Wenn das dann mal fertig ist. Und versuchen den anzuschließen. So. Ich würde dann hier übrigens eine Airlock hin machen. Also eine feste Airlock. Damit das CO2 hier nicht mehr rausfließt. Weil das ist tatsächlich was... Das CO2 muss ich irgendwie in den Griff kriegen. Das ist äußerst suboptimal. Und übrigens kriegen die überhaupt nichts gebacken. Ich sehe gerade fest. Die Lichter gehen halt einfach überall hin. Ja. Also zumindest hier hoch und hier runter können sie gehen. Mehr nicht. Ob ich noch irgendwelche Räume... ...Lane's Room no effect. Weil... Grill. Mess Hall. One Table. Das ist die Mess Hall. Okay. Das ist die Mess Hall. Stress Relief. Okay. Sehr schön. Das kann ich noch wegratzen. So. Wunderbar. Und da müssen sie vielleicht langsam als ich mal das ganze Zeug aufräumen. Das wäre vielleicht echt cool. Du meinst... Warte. Wo ist das Sound? Wo ist das Sound? Ich packe mal ein bisschen Speed drauf. Was haben wir hier? Red Aller brauchen wir nicht. Die kann alles schnarchen. So. Frage ist, wo packen wir Polluted Water hin? Kann ich Polluted Water irgendwo... Kann ich das irgendwo verstauen? Polluted Water. Kann ich das irgendwo verstauen? Achso. Richtig. Ich kann das ja... Ich kann ja jetzt... Pass auf. Ähm. Wo war's? Medizin? Zink. Zink ist das Waschbecken. So. Waschbecken. Mit Liquid Pipes verbinden. Hier. Und nach oben. So. Müsste funktionieren. Hoffe ich. Man müsste eine maximale Menge an Kalorien festlegen. Mealize 72. Oh. Hat mal auf. Das ist mal auf. Ich hab 72 Mealize. Sehr schön. Sehr schön. Und da kann ich auch irgendwas machen. Mit Mealize vielleicht. Pickled Meal. 300 Mealize und 100 Kalorien. Und das brauch ich 500 für 1000 Kalorien. Oh. Cool. Grizzly. Barbecue. Was brauch ich dazu? Meat. Oh Gott. Meat hab ich glaube ich nicht. Pepperbread Fluffberry. Gott Andrew. Hallo. Ich bin, dass du auch noch gekommen bist. Ja. Ich musste leider. Ich musste leider eine traurige Mitteilung machen. Du bist der, der, der Schlafkrankheit erleben. Hab alles versucht. Ich schwöre. Ich muss dann das Forschung mal stoppen. Und muss dringendst. Dringendst. Pass mal auf. Ich packe. Okay. Einfach mal Bristleberries rein. Nee. Geht gar nicht. Ich bin, dass ich denn irgendwas... Waschbad. Pickled Meal. Pickled Meal. Pickled Meal. Okay. Pickled Meal. Continuous. Pass. Oben ist Hydrogen. Wieso ist hier oben eigentlich Hydrogen? Hä? Wieso ist da Wasserstoff? Und hier auch? Wieso ist denn da Wasserstoff? Hä? Wieso ist denn da Wasserstoff in der Luft? Ja, au. Hab ich da irgendeine Wasserstoffquelle angeboxt oder was? Boah, es sind übrigens auch drei so Lichter. Die hätte ich ganz gern. Okay, aber das braucht eine ganze Weile, bis das mal voll ist. Ich sollte aber in der Zwischenzeit... Ich musste wieder aufhören, so viel zu graben. Also meine Idee ist, ich grabe das hier nochmal runter und mache hier nochmal zu. So. Dann habe ich halt hier ein bisschen Stein drin. Das ist mir aber egal. Aber dann haben wir genug Platz fürs Erste. Hoffe ich. So, und dann würde ich gerne hier drüben... Hier drüben oder hier oben... Aber ich glaube eher hier drüben... Nochmal so ein Wasserbeseng machen. Vielleicht eins, das irgendwie... Eins, das irgendwie mit Keimen verseuchten und eins mit nicht Keimen verseuchten. Weil selbst wenn ich das Polluted Water wieder zum Wasser mache, sind nach wie vor die Keime noch da. Hallo GD. Oh, jetzt wird's ja voll hier. Jetzt wird's ja voll hier. Die, 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 die. Okay, also wie gesagt, ich lass die mal ein bisschen in Ruhe arbeiten aktuell. Sobald die mit ihrem Research fertig sind Und dann brauchen wir Einen neuen Lagerraum Ich denke, es macht Sinn Hier oben nochmal einen Lagerraum zu machen Weiß ich nicht Guck mal, die kommen nicht hinterher Die sind ständig nur am produzieren, produzieren, produzieren Habe ich denn einen Kühlschrank? The Pony Farm Ich bin ganz Refrigerator Ja, ein Kühlschrank, natürlich Natürlich, ich brauche einen Kühlschrank Komm, pack das weg Und dann packt man da gleich einen Kühlschrank hin Ja Fortschritt der Zivilisation, ein Kühlschrank Brauche ich noch Wasser, richtig? Die habe ich schon Habe ich schon Cool Supergeil Supergeil So, und dann alles Essbares Und auch Kochzutaten Sehr schön Was, was ist hier drin? Nichts Das heißt, das können wir auch abreißen So Ba, 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 ba Ba, 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 ba Okay, die bauen also langsam weiter Die bauen wir auch langsam weiter Ähm Und die Forschung ist fertig Wir haben einen Deodorizer Nullefass Polluted Oxygen Okay Was bekomme ich daraus? Was brauche ich dafür? Ist die Frage Clay Was? Ich bekomme Ton? Ich weiß Ich brauche eine Wasserquelle Ich weiß es Ich weiß es Ich weiß es Ich habe hier Wasser Hier Wasser Und hier Wasser Ganz schlechte Idee Ich Idiot Komm, mach das Prio Prio Nein, 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 nein Prio Ah, fuck Ein Glück, dass es nur hier runterläuft Das Problem ist halt Das ist halt Das sind verseucht Und ich habe viel verloren Mann Fuck 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 Oh lauter Schönheit Ja, Mann Okay, also Der schwingende Punkt ist Ich muss schauen, dass ich irgendwo Genau, Airlock habe ich gebaut Richtig Der Airlock war wichtig Weil ich wollte hier zusperren Richtig Ich wollte hier zumachen Natürlich Macht die Airlock da oben keinen Sinn Ich wollte das hier zusperren So Das ist schon mal Punkt 1 Jetzt steht eigentlich der Stressfaktor aus Oh So gut wie nicht vorhanden Das ist natürlich cool Das ist natürlich cool Allerdings haben wir Fuck Fuck Nichts zu essen Wenn die vielleicht einfach Die Maschpreis weitermachen In der Zwischenzeit Brauche ich da wirklich einen zweiten Oh Mann Das ist vielleicht bescheuert Das ist vielleicht bescheuert Okay, pass auf Dann mache ich das weg Dann produziere ich hier Erstmal nur Maschbars Mach einen zweiten Mikrobmascher Dahin Ach soll es ja Dann haben wir halt hier Nix drin Und einen zweiten Grill So So viel Zeit muss sein Ich muss irgendwie Das Essensthema In den Griff kriegen Das ist Das ist nicht Suffocating Oh Bob Was ist mit Bob los? Oh nein Oh nein Oh nein Bob ist gestorben Oh Oh No Mann Oh Mein Gott Shit Ja Fuck Oh Shit Der versäucht das Wasser? Wieder versäucht das Wasser Alter Hört auf Hört auf Medizin Moment Da muss ich das priorisieren Die müssen sie irgendwie wegbringen Und irgendwie begraben Fuck Mann Einmal nicht aufgepasst So Das heißt Ich muss hier Medizin Hier gibt es irgendwo Tasteful Memorial Genau Ich muss hier einen Grabstein machen Den machen wir aber aus Ingenious Rock Wo machen wir denn unser Grab? Wir haben hier Grabebene Finde ich gar nicht so blöd Wir machen hier Grabebene So Okay Da brauchen wir noch Strom Boah fies Spekulatius Mega geil Boah Könnte ich mich reinlegen Aber nur wenn die schon einen Tag lang Ähm Einen Tag lang liegen Ja Wenn die dann Weich werden No Liquid Intake Was? Wie Liquid Intake? Liquid Intake Liquid Intake Carbon Carbon Skimmer Water Oh Shit Ich brauche auch noch Wasser Oh Shit Ich brauche auch noch Wasser Okay Ich brauche noch Wasser Gut Das ist aber kein Stress Das kriegen wir hin So Dann ist das Polluted Shit Den Polluted Shit Kriege ich Vorerst Nirgendwo durch Das heißt da muss ich ein bisschen Tricksen Am besten so rauf Erstmal So Und hier Hier Ich glaube das passt Den Wassertank aus durchlässigen Blöcken Wie hier aus durchlässigen Blöcken Die hier Nee Hab ich nicht Ach luftdurchlässige Blöcke Hab ich noch nicht Airflow Teil Hab ich noch nicht Hab ich noch nicht So Mechanist Airlock Sehr schön Sehr schön Sehr schön Jetzt geht es Langsam aufwärts Langsam aber sicher Strom brauche ich noch Strom 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 Okay Die Öffnurteils Hab ich tatsächlich noch nicht So Wir gehen jetzt in die Forschung noch mal rein Ich muss mal schauen Was wir noch brauchen Und bitte nicht zu viel Nicht zu viel spoilern Zu viel spoilern So Healthcare wollte ich machen Ähm Pharma Chamber Ich habe übrigens auch die Apotheke Gegenmacht Wieso Wieso brauche ich nicht Eigentlich eine Apotheke Noch irgendwo hin Fuck ey Hier drin Das ist halt ätzend Muss ich das irgendwie Irgendwie vernünftig machen Scheiße Mann So nerv Könnt ihr ihn jetzt begraben Geht das Wenn ich's graben Mal bauen Schon was So Prioritize Neun Dann macht das mal Ich glaube das stresst euch Nicht zu sehr Das hat auch schon wieder Total bescheuert hier Mann Echt einmal nicht aufgepasst Und schon ist es vorbei Mit dem Geweih Ah Aber Gut Ich brauche den ja gar nicht mehr Ich brauche keine Pumpe mehr Weil ich hier jetzt ja Ein Waschbecken habe Das mit dem Wasser Angeschlossen ist Yay Und die Frage ist auch Wo bring ich Polluted Oxygen unter Wahrscheinlich muss ich da Pack mal auf Ich packe hier noch So ein Storage Kram rein Hier Wichtig ist auch Pass mal auf Wir machen hier zwei Airlocks Wie ist es denn im Raumschiff Man braucht immer Ein Druckausgleich Ja man braucht immer Ein Druckausgleich Das heißt wir packen Die Airlock weg Also den Mechanized Gummeldingens da So Okay Wir schauen mal Wir das Gas an Also hier ist tatsächlich Wenig Wenig Sauerstoff Hier ist Hydrogen Hier ist auch Hydrogen Hier ist Hydrogen Wieso ist da Wasserstoff Das verstehe ich immer noch nicht Wieso ist hier schon Wieder Wasser rausgelaufen Man alter Was ist denn hier nur los Pinkel die irgendwo hin Quatsch Was mache ich denn Wollt es mobben Wo ist Mob Mob Nicht Sweep Mob Wechsel die zwei mal Wieso ist jetzt hier Wasser Ich glaube das ist Druckaushaltepunkte Ich habe noch überhaupt kein Problem Mit Druck aktuell Habe ich das Gefühl Aber ich werde Druckprobleme Wahrscheinlich bekommen Jedesens wenn ich den Geysir Hier irgendwie Irgendwie anpacke Hm Wird sich zeigen So Also wir lassen die erstmal Ein bisschen Bisschen laufen Äh Hier machen wir tatsächlich Details drüber Weil das ist ja jetzt auch Polluted Water Moment 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 Wie wäre es Pass mal auf Wie wäre es wenn wir hier unten Eigentlich mal unser zweites Becken Machen Und jetzt vielleicht mal Irgendwie Hallo Hallo Könnt ihr den vielleicht Hallo Ich möchte gerne den priorisieren Weil ich muss den wegwischen Was mache ich denn mit dem Harvest Was mache ich denn mit dem Kalorien Er braucht immer noch Kalorien Ist doch am Leben So Okay Okay Also da kann ich CO2 umwandeln Das ist auch okay No oxygen Ja 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 Ich weiß Wie sieht der Stress aus Stress ist okay Stress ist okay Sauerstoff ist nicht okay Und vor allem was nicht okay ist Ist Hydrogen Wieso ist hier überall Wasserstoff Das ist echt Das ist echt Eine sehr gute Frage Warum ist hier Wasserstoff Und warum habe ich den Storage Kompassator gemacht Das macht überhaupt keinen Sinn Pass mal auf Wenn überhaupt Ja Dann muss ich hier auch nochmal Ein Airlock hinbauen Fürs Erste Wie zumindest Oh Mann Ich will lieber auf Nummer sicher gehen Ich habe da keinen Bock Dass irgendwie Das ganze Zeug hops geht Nur weil ich es irgendwie Nicht gebacken kriege Ich muss mir das ein bisschen Mehr überlegen Als das letzte Mal Ja Ob ich einfach kaputt gegangen bin Aber der schwingende Punkt ist Was ich eigentlich eine Idee hatte Hier unten vielleicht einfach Aushöhlen Das ist glaube ich gar nicht So eine blöde Idee Wie groß ist das hier 5 mal 5 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 6 6 6 7 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 14 13 13 14 14 14 15 15 18 15 15 16 15 Ah, Liquid Pipe. Ist hier kein... Ist kein Druck mehr drauf. Ist kein Druck mehr drauf. Das heißt, ich brauch ne zweite Pumpe. Scheiße. Scheiße, im Kleister. Was mach ich denn mit Bob jetzt? Die kommen nicht hin zu Bob, oder? Scheiße, die kommen nicht hin zu Bob. Und hier ist die nächste, die schon wieder drin ist. Mein Gott. Ich hoffe, die macht das mal mit Pio hier. Damit sie wieder rauskommt. Oh Mann. Das Spiel ist voll geil. Man muss nur total viel aufpassen. Das ist echt krass. Das ist so übel. So, und hier wollte ich... Pass auf, hier wollte ich nicht Mushfries machen, sondern Pickled. Pickled Dingens, wobei der mach jetzt erstmal nichts. Aber hier den zweiten, plötsich Lice Loaf. Continuous. Insufficient Resources Water. Ah, dafür brauche ich Wasser. Dafür brauche ich die Pumpe. Ah, dafür brauche ich die Pumpe. Okay, das heißt, dafür brauche ich tatsächlich die Pumpe. Okay, dafür brauche ich die Pumpe. Ah Mann. Das heißt, wir müssen... Wir haben keine 60 Cycle. Chill. Chill. Ich weiß nicht, wo meine Probleme liegen könnten. Das ist das springende Punkt. Ja, ich weiß nicht, warum hier überall Wasserstoff ist. Ich weiß nicht, wie ich das Wasserstoff einsammeln soll. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich müsste ja überall eine Gaspumpe haben. Ja, und... Noch dazu müsste ich das Gas dann in diesen... Äh, wo ist er, wo ist er, wo ist er? In diesen anderen Kram reinpacken. Wo ist es denn? Plumbing. In diesen Filter reinpacken. Ne, Quatsch. Was denn? Ach, was weiß ich. Was weiß ich. Also, ich meine, ich kann mir gut vorstellen, nachdem ich hier ständige nur Sauerstoff produziere. Aber ich produziere Sauerstoff und atme CO2. So, der Carbon Skimmer reduziert CO2. Okay, das bedeutet, der Druck nimmt ab. Demzufolge nimmt auch... Ja, der Druck nimmt ab. Richtig, der Druck nimmt ab. Definitiv. Wenn ich CO2 entferne, nimmt der Druck ab. So, okay, passt. So, ich brauch eine Pumpe. Ich brauch eine verdammte Pumpe, eine zweite. Ich brauch einen Filter. Alter, ich brauch einen Filter. Ich brauch einen verdammten Filter. Ich muss mir jetzt erst darum kümmern. Ich brauch einen verdammten Filter. So, ich pack das jetzt hier hin. Pack hier noch zu. Das ein bisschen mit Prio noch machen. Dann hab ich hier unten mein zweites Becken. So. Dann brauch ich eine Pumpe hier. Hier würde ich eine Pumpe reinpacken. Die Pumpe wiederum... Jag ich durch einen Filter. Der wiederum hier... Was denn? Ich bin hier, der hat zwei Jahre lang Mist erzählt. Bei was denn? Wenn ich... Ich mein, klar. Wenn ich gar keinen Druck mehr habe, ja, dann ist wie Vakuum. Ja, dann platzen die Augen. Das ist klar. Aber ich produziere ja trotzdem weiter Sauerstoff. Deswegen dürfte es ja eigentlich kein Problem sein. Meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach. Also, ich hab das schon... Ich hab das schon halbwegs im Blick, ja. Ich hab zwar in Chemie immer relativ schlechte Noten gehabt, aber das lag an was anderen. Das sind immer die anderen Schulden. So, den Generator, den kann ich auch kicken. Den brauchen wir auch nicht mehr. Wir sind ja jetzt schon fortschrittlich. Oh, Gaspump. Food Shortage. Made a mess. Oh, shit. Wie, Made a mess? Wieso bist du nicht aufs Klo gegangen? Hey, wieso bist du nicht aufs Klo gegangen? Der meiste Wasserstoff ist hier? Hier und hier. Ja, ich mein, das macht Sinn, weil hier ist Wasser. Das Wasser dampft, weil es warm ist, ja. Verdunstet. Okay, verstehe. Macht Sinn. Macht Sinn. Macht Sinn. Okay, also, wieso hat der jetzt da hingepinkelt? Dann muss ich gleich entfernen, instant. Ja, weil das ist, das ist super Nerv. Super Nerv. So ist mir in der letzten, in der letzten, in der letzten Folge, die Kolonie verreckt. In so einem Kram. Wie viel, wie viel Kohle habe ich noch? 9 Tonnen. Okay, das ist kein, das ist kein, wenn die hier mal wieder Kohle nachladen würden, vielleicht. Ah, gut. Du weißt, das Wasserstoff ist hier. So, wie kriege ich den Wasserstoff nach oben? Das heißt, ich müsste, ich kann bei Gericht. Versteht ihr anschauen, was die ausstoßen? Oh. Wo. Mooted Water. Water. Hä? Research-Dinger haben doch kein, haben doch kein... Intensive Water. Energy. Power Consumption. Ja. Details. Tja, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was hier, was hier ausstößt. Insufficient Oxygen Generation. Ja, prima. Prima. Sehr gut. Sehr gut. Warum ist hier Empty Pipe? Weil ich nach wie vor nicht genug Wasser habe. Nicht genug Druck habe. Hallo. Hallo, hallo. Hab ich denn... Das heißt, da ist Wasser drin. Okay. Das heißt, da ist Wasser drin. Das heißt, ich muss... Ich brauche eine zweite Wasserversorgung. Das nervt. Ich will das CO2 wegmachen und ich will gleichzeitig auch hier irgendwie gereinigtes Wasser haben. Ah, nerv. Nerv, nerv, nerv. Theoretisch müsste ich erst mit der Pumpe das Wasser komplett rauspumpen. Und hier irgendwie oben rauspacken. Weil das ist ja... Das ist ja kontaminiert. Fuck. Schau mal auf. Pack das jetzt erst mal. Funktioniert das? Kann ich den irgendwie... In einem Gasstab, wo die Zahlen stehen? Ja, Gasstab. Gasstab, Gasstab, Gasstab. Ventilation overlay? Nee. Oxygen? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, was du meinst. Power? Temperature. Wann schön warm hier drin? Wird's eher kühl, okay. Thermal Comfort ist auch okay. Das sind Lichter. Das ist Plumbing. Das ist Ventilation. Das ist Dekor. Das sind Heime. Wow. Wow. Was ist denn hier schon wieder los? Wieso pinkeln die denn einfach überall hin? Oh, Mann. Please. Was ist da passiert? Umschlag? Nee. Okay. Also, pass auf. Liquid Tile. Ähm. Ich hab natürlich Mechanized Airlock gemacht. Ich Knallkopf, ja. Was passiert, wenn die das Wasser hier raufpumpen? Was passiert? Wenn ich Polluted Water da drin hab, macht es Sinn, es Polluted Water durch einen Filter zu jagen? Theoretisch ja. Pass auf. Das heißt, ich mach jetzt hier einen Filter. Wie geht's denn hier? Wie geht's denn hier? Vielen Dank.